Man sagt ja, er hat einen Körperbau wie ein 30-Jähriger. Wir machen aber jetzt den Schwenk. Schau, schau. Ein paar Bälle weg. Philipp Selko an der Leiste verletzt. Da darf nichts passieren. Die drei müssen noch durchspielen. Das hat er gut gemacht. Einfach, dass er reinkommt. Die drei müssen noch durchspielen. Und es gelingt ihm. Und die Vorhandpeitsche folgt. Und er trotzdem noch erreicht hat. Aber er ist dabei. Den hätte er anziehen können mit der Rückkehr. Der Mitspieler so macht. Und er hat den Sack zumachen. Jetzt hat er Gräbnev Glück. Das Pletier ist unter Druck. Das Pletier ist unter Druck. Der Sportartmeier ist. Ich bin trotzdem auf Maxim Gräbnev. Wahrscheinlich diagonal. Ja, Rückhandaufschlag. Und er kriegt er. Siehst du, er nimmt den schon aus. Das ist der Gräbnev. Ja. Ja,まだ nicht. das braucht es jetzt auch nicht das braucht es jetzt auch nicht